Oho, Siekrautfreunde, willkommen zu dieser Gewinnspielankündigung. Es ist Advent und wir haben uns gedacht, wir machen für euch ein Adventsgewinnspiel. Am 5.12., 12.12. und 19.12. wird jeweils um 20.30 Uhr unser Adventsgewinnspiel stattfinden. Wir werden Dublonen verlosen und die Herausforderung, die ihr meistern müsst, wird nicht sehr groß sein, ganz im Sinne der Weihnachtszeit. Wir hoffen, ihr habt Bock, mit uns zusammen zu fahren. Wie gesagt, wie immer wird es möglich sein, gemeinsam mit uns zu fahren. Wenn ihr auf den Teamspeak-Server mit raufkommt, seid ihr quasi live im Livestream oder ihr wollt uns halt einfach nur zugucken. Wir hoffen, ihr drückt uns die Daumen, ihr wollt mit dabei sein und würden uns halt sehr, sehr freuen, wenn ihr an den drei Tagen jeweils da seid und uns unterstützt. Die Dublonen sind ja auch immer ganz nett auszugeben im Spiel. Ein paar Kleinigkeiten sind da ja immer für Dublonen zu haben oder halt im Store oder zum Sparen. Wie gesagt, ihr beschenkt euch am Ende selbst, aber das ist unser Teil, den wir zu eurer Adventszeit und zu eurer Vorweihnachtszeit beitragen wollen und sehr gerne wollen. Wir freuen uns auf euch, hoffentlich freut ihr euch auch auf uns und bis dahin wünschen wir euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit und eine schöne Adventszeit. Haut rein, euer Seacross Team. Ciao, ciao. Ciao.